Musik Herzlich Willkommen zu Unterwegs in Tessau 19, zum Residenzschluss, was ich euch heute zeige. Das teilweise noch erhaltene Schlossgebäude ist im Bereich der früheren Altstadt. Es diente als Residenz für Fürsten und Herzöge von Anhalt-Dessau. Von der Schlossanlage ist heute nur noch der frühere Westflügel und älteste Teil des Schlosses übrig, der Johannbau. Der Johannbau war einer der ersten Renaissance-Bauten in Mitteldeutschland. Das Schloss wurde ursprünglich 1341 aus den Steinen der Burg Waldersee errichtet. 1405 und 1467 brannte es ab. Johann IV., Georg III. und Joachim, es waren Fürstenbrüder, gaben einen Neubau in Auftrag. Der Johannbau, der jetzt noch steht, wurde höchstwahrscheinlich 1529 wieder erbaut. Genaueres lässt sich aber nicht festlegen. Benannt wurde der Bau nach Johann IV. in von Anhalt. Baumeister des Hauses ist dicht bekannt. 1571 bis 1580 wurde der Johannbau erstmals ausgebaut. 1708 wurde der Nordflügel durch Fürst Leopold abgerissen. Und damit wurde das Schloss zu einer Dreiflügelanlage. 1748 bis 1753 wurde der Bau noch nach Entworfen von Georg Wenzelslaus von Knobelsdorf umgestaltet. Warum eigentlich nicht Erdmannsdorf? Im Johannbau war die Reiterei und das Gefolge untergebracht. Im Ostflügel mit Blick auf die Mulde waren die Gemächer der Fürstlichen Familie. Im Südflügel befanden sich die Hofküche und der Festsaal. 1777 wurde von Erdmannsdorf, da ist er, ein Theater aus Holz in der Schlossanlage errichtet. 1530 wurde das Schlosstheater in den neugestalteten Wohnbereichen der herzöglichen Familie einbezogen. 1875 lieferte Gottfried Polysysos Schmiedeiserne Tore für das Schloss, was wir vorhin gesehen haben. Kurz mal. Am 17.03.1945 wurde das Schloss fast vollständig zerstört. Der Johannbau blieb als schwer beschädigte Ruine erhalten und während der DDR-Zeit ohne Denkmalschuss gesetzt. Jetzt gehe ich mal hinter das Schloss. Das war alles mal Schlossanlage hier. 1957 bekam es ein notdürftiges Dach. 1990 bis 1997 wurde der Johannbau saniert. 2001 bis 2005 ebenfalls. Und in seine ursprüngliche Gestalt wiederhergestellt. 1993 wurde von der Südwand Putzreste mit einer Illusionsmalerei aus dem Jahre 1559 abgenommen und konserviert. Das ist bestimmt noch übrig alles von früher gewesen. Der Treppenturm, den ihr vorhin gesehen habt, war weitestgehend noch erhalten. 1998 bis 2001 beherbergte der Johannbau die Expo GmbH, dort das lokale Organisationsbüro. Seit August 2005 wurde das rekonstruierte Schoss der Öffentlichkeit abgegeben. Seither wurde es als Museum für Stadtgeschichte genutzt. Und da ist nochmal das Schloss. In seiner vollen Pracht das, was noch übrig war. Und dass ihr es euch nochmal ansehen könnt. Da ist übrigens auch dann der Turm. Der Treppenturm. Mit dem schönen Blick auf die Mulde. Ein schöner Herbsttag war das. Ja, die Eisentore seht ihr auch nochmal. Und das Schloss. Einzig Daumen war bestimmt meine Ohr. Naja. Na gut. Dann sage ich Tschüssi. Wünsche euch noch einen schönen Restmontag. Und wünsche euch viel Spaß bei den weiteren Unterwegs- und Dessertvideos, die noch folgen werden. Tschüssi.